Okay, herzlich willkommen zurück zu Pandas, heute mit dem Umgang mit DataFrames. Und ja, wir haben letztes Mal einen Haufen Arten gelernt, wie wir eins erstellen können. Ich habe mir jetzt das hier rauskopiert, das ist aber eigentlich gar nicht mal das, was wir uns heute angucken wollen. Wir wollen uns heute angucken, wie man die Dinge auch wirklich ausliest. Und dazu habe ich mal dieses wunderschöne DataFrame hier vorbereitet. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne allerdings hier auch wieder ein bisschen das Ganze abschlacken. Wir kennen ja aus dem letzten Video die grundlegende Struktur und ich glaube, ich mache hier sogar den Index raus. Und das sollte jetzt einigermaßen gut aussehen. Okay, also im Endeffekt ein sehr simples DataFrame mit eben einer Spalte A, B und C und jeweils den Zeilen 0, 1, 2 und 3. Okay, jetzt ist natürlich die große Frage, wir haben schon einiges kennengelernt. Wir können hier auf Spalten zugreifen, indem wir einfach von A machen. Und danach können wir auf einzelne Elemente zugreifen, quasi indem wir über den Index gehen, also 0, 1, 2 und 3. Die Reihenfolge haben wir bisher immer gemacht und da bekommen wir eben den Wert. Ich mache mal oben drüber hier immer ein PrintDF, damit wir sehen, welchen Wert wir eigentlich bekommen. Da bekommen wir nämlich immer den Wert, den wir quasi erstmal Spalte auslesen und dann die Zeile auslesen. Und da haben wir gesagt 0, das heißt wir bekommen diesen Wert hier. Wenn wir natürlich ohne von 0 machen, bekommen wir die ganze Spalte und so bekommen wir das ganze DataFrame. Ist klar. Aber es geht natürlich noch anders. Manchmal, und das ist ja natürlich der Grund, warum ihr Pandas benutzt, für die manchmal Fälle, für die ganz normalen langweiligen Fälle braucht ihr Pandas nicht. Aber manchmal wollt ihr ja auf Daten zugreifen und zwar vielleicht über die Zeile. Das hatte ich schon angekündigt und das ist nicht ganz so einfach möglich. Im Endeffekt ist es nicht schwer, wenn ihr einfach hier .log macht, könnt ihr auf die einzelne Zeile zugreifen. Und jetzt packe ich tatsächlich doch wieder den Index aus und sage hier tatsächlich A, B, C und D, damit wir sehen, was der Unterschied ist. Und wenn wir uns jetzt das DataFrame angucken, machen wir das nochmal hier kurz weg. Und dann sehen wir, dass das DataFrame, verdammt, das da oben ist natürlich ein Dictionary. Warum habe ich da ein Dictionary gewählt? Lass mich das kurz umschreiben. So, viel besser. Okay, also wir haben jetzt Indizes von den Spalten A, also Groß A, Groß B und Groß C. Das heißt, wenn ich auf eine Spalte zugreife, dann ist das über große Buchstaben. Wenn ich auf eine Zeile zugreife, sind das kleine Buchstaben, Klein A bis D. Und nicht mehr 0, 1, 2, und 3. Und so kann ich euch den Unterschied auch zeigen. Jetzt gibt es nämlich, wie schon gesagt, die .log-Funktion, die uns eine Zeile ausgibt. Allerdings bei Label sozusagen. Äh, Quatsch, keine Funktion in dem Sinne, sondern ich kann hier einfach hergehen und sagen, ich hätte ganz gerne das Label, in diesem Fall Klein, Achtung, Klein A. Und dieses kleine A liefert mir dann natürlich für meine Spalten das, was ich da möchte. Das heißt, ich lese die Zeile aus und bekomme dann als neues DataFrame, als neue Series im Endeffekt auch, mit den Indizes der Spalten, also A, Groß A, Groß B und Groß C. Ich mache das mal größer. Groß A, Groß B und Groß C. Das, was vorher die Spalten waren, wären jetzt die einzelnen Zeilen des DataFrames. Weil wir ja das hier auslesen und von A drauf zugreifen. Okay, das heißt, wir eigentlich rotieren wir das Ganze und greifen dann auf A zu, wie auf eine Spalte und bekomme am Ende A, B und C groß geschrieben, also das, was vorher Spalte war, als Zeilenindizes. Das heißt, ich kann jetzt hier natürlich auch von A oder sowas machen. Das geht durchaus. Wenn ich das möchte, bekomme ich natürlich hier den Wert 0 raus. Aber ja, das wäre dann natürlich nicht unbedingt das, was ihr wollt. Das ist super nützlich, wenn ihr zum Beispiel eine User-Datenbank habt in eurem Pandas DataFrame und dort dann zum Beispiel einen User auslesen wollt. Das kommt super häufig vor. Das heißt, Punkt Log solltet ihr euch unbedingt merken, weil ihr da sehr, sehr häufig drauf zugreifen wollt. Aber wenn ihr eine Statistik oder sowas berechnet, dann braucht ihr das natürlich vielleicht eher seltener, weil dann eure Spalten so sind, wie ihr wollt. Aber wenn ihr irgendwie wirklich mit ein paar Datenbanken arbeitet und einzelne Datenpunkte genauer angucken wollt, dann ist Punkt Log super wichtig. So, manchmal nerven diese Indizes aber auch ein bisschen. Zum Beispiel, wenn wir da halt Indizes haben, die nicht vollständig sind oder sowas. Das heißt, ich greife auf irgendeinen Index zu und denke mir so, ja, wunderbar, alles toll, aber oh no, er ist halt einfach nicht da. So, das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf von E zugreife, ja, oder wir nehmen an, wir haben hier ein E und das D fehlt, dann möchte ich hier von D zugreifen. Und, oh no, der Index oder der Key existiert nicht. Das ist zum Kotzen. Ich sag's euch, also, das ist wirklich mal Klartext hier jetzt gesprochen. Ähm, deswegen gibt es iLog. Äh, iLog ist genau dafür da, so dass wir eben hier nicht über die Indizes zugreifen, sondern auf die Anzahl der Spalten. Das heißt, auf 0, 1, 2 oder 3 oder, ja, genau, das war's eigentlich in diesem Fall, auf jeden Fall. So, und das heißt, ich bekomme hier quasi die 0. Spalte. Wenn ich das ohne dieses i mache, das i steht für Integer, dann bekomme ich natürlich einen Fehler, weil den Key 0, den Index 0, den kann's hier in diesem Index-Schema auch geben. Ähm, Achtung, es macht einen riesigen Unterschied, wenn wir hier statt dem e sagen wir jetzt einfach mal Komma 0 haben, dann ist das ein gültiger Index, okay? Okay, wenn ich jetzt auf iLog von 0 zugreife, was bekomme ich dann? Also, ganz kurz gezeigt, wie das aussieht. Wenn ich auf iLog von 0 zugreife, dann bekomme ich offensichtlich nicht die 3, 7, 5, die hier als Index 0 gegeben sind, sondern 0, 1, 3, 3, 7 und 2, was die erste Spalte, äh, die erste Zeile ist. Okay, das bedeutet, iLog nimmt wirklich die Anzahl der Zeile, also quasi, welche Zeile möchtest du? Ich hätte ganz gerne die 0. Zeile, ähm, damit quasi gesagt wird, welche, also die wievielte. Und wenn wir sagen, nur welche, iLog von 0 ist auch gültiger Code in diesem Fall, bekommen wir eine andere Zeile, nämlich die 3, 7, 5 Zeile, weil wir dann auf den tatsächlichen Index by Name oder by Key sozusagen zugreifen, also 0 ist der letzte Index hier, 3, 7, 5 wäre dann das, was wir bekommen. Das ist ein riesiger Unterschied, wir bekommen eine andere Zeile dabei, ähm, wenn wir über den Index zugreifen oder wenn wir über die iLog zugreifen. Deswegen müsst ihr euch hier auf den Unterschied definitiv einlassen und muss euch klar sein, was genau das ist. Okay, ähm, jetzt können wir die verschiedensten Sachen machen, das kennt ihr ja schon. Und zwar sagen wir einfach mal, wir machen hier von 2 bis 4, ja, ähm, dann bekommen wir natürlich das hierbei raus. Habe ich jetzt zu groß genommen? Ah, fangen wir am besten bei 1 an 1 bis 1 bis 3, damit wir auch was zu sehen haben. Ähm, und das ist auch nicht möglich. Äh, ja, weil ich immer noch Lock da stehen habe. Ups, ich trottel. Ähm, okay, manchmal bin ich ein bisschen doof, es tut mir leid. So, was wir hier gemacht haben ist, interessanterweise nicht das Slicing, also wenn wir jetzt von 0 hier zugreifen würden, also DF von zum Beispiel 0, würden wir ja eigentlich erwarten, dass wir auf die Spalten zugreifen, ja, also A, B und C. Weil wenn wir von A sagen, direkt ohne das Lock von A, dann greifen wir auf die Spalte zu. Allerdings, von 1 bis 3 sagt euch, welche Zeilen ihr slicet. Und das bedeutet, euer komplettes DataFrame sieht so aus, ihr habt A, B, C und 0. Und wenn wir jetzt von 1 bis 3 slicen, dann cutten wir quasi die 0 hinten raus, weil wir nur von, äh, bis 3 gesagt haben, also bis exklusive 3. Wir fangen ja bei 0 an zu zählen, also die hier ist nicht mehr dabei. Das heißt, inklusive die 2. 0, 1, 2. Das heißt, die wäre dabei. Und inklusive der 1. Das wäre die hier. Das heißt, der erste Teil und der letzte Teil würden rausgeslicet werden. Und die wären dann nicht mehr vorhanden. Aber eben, wie gesagt, nach Zeilen und nicht nach Spalten. Die Spalten bleiben euch immer erhalten. Ähm, normalerweise will man solche Spalten entweder richtig auswählen oder eben, man möchte sie halt, ähm, eigentlich nicht slicen in dem Sinne. Die Spalten sind ja irgendwie immer mit Namen versehen in dem Sinne. Ähm, wenn ihr wirklich nur einzelne Spalten haben wollt, also zum Beispiel ein, im Endeffekt wie bei SQL, ein Select bla bla bla, dann, ähm, könnt ihr das durchaus machen, indem ihr einfach ein neues DataFrame baut, indem ihr sagt, ey, yo, ich hätte ganz gerne ein Pandas DataFrame von, ähm, df von A und df von, was haben wir denn noch? df von C. Ähm, und da kann ich quasi mein DataFrame auch so ein bisschen reinbauen. df, wie nennen wir es? df2 ist gleich. Ähm, und schauen wir uns doch mal df2 an. Das wird uns jetzt um die Ohren fliegen. Nein, das wird uns nicht mal um die Ohren fliegen. Upsala, was hab ich denn jetzt gemacht? Ähm, äh, ja, äh, nicht wirklich gutes Behaviour, was wir hier drin geschrieben haben. Eigentlich muss das Ding nämlich in ein Dictionary und dann müssen wir das Ding eben so benennen, wie wir das haben wollen. Also zum Beispiel A Doppelpunkt und dann haben wir hier C Doppelpunkt. Das heißt, wir geben quasi die Namen an und dann sollte das eigentlich ein DataFrame sein, das wir auch äh, kennen und schätzen lernen. So, ähm, was ist passiert? Naja, Spalte A, das ist die hier, haben wir einfach eingelesen und hier gesagt, ey, yo, ich hätte ganz gern 0, 1, 2, 3, so wie wir es eigentlich auch erwarten würden und C haben wir auch ausgelesen. Also quasi eine andere Art des Slicens. Das geht noch ein bisschen einfacher, ähm, dazu kommen wir glaube ich noch mal anders, aber, ähm, ja, für den Anfang tut es das eigentlich auch, weil das super, super intuitiv ist, also nicht verwundernd hier. Okay, ähm, wo waren wir, wenn wir Slicen D, F von 1 bis 3, dann Slicen wir Zeilen und nicht Spalten, deswegen der Exkurs. So, ähm, wo wir schon gerade dabei sind mit diesem Ganzen, ich, äh, wähle und ich schmeiße raus, dann sollte man vielleicht auch erwähnen, wie man einzelne Spalten rausschmeißen kann, Spalten in diesem Fall. Ähm, im Endeffekt hatten wir uns ja vorhin ein neues DataFrame erstellt, ähm, mit den A, C Spalten. In diesem Fall haben wir aber nur drei Spalten. Wir hätten genauso gut eine Spalte rauswerfen können, das wäre die B Spalte gewesen. Kann man natürlich wunderbar machen mit Pop von, ähm, B in diesem Fall. Damit poppen wir die Spalte B und bekommen natürlich hier, beziehungsweise, sorry, ja, wenn wir poppen, ja, ähm, muss man vielleicht extra machen. Wenn wir poppen, ähm, wenn wir poppen, genau, ja, ähm, genau. Wir machen das jetzt mal so. Okay. Ähm, wenn wir poppen, ich muss das nochmal wiederholen, es tut mir leid. Also, anfangs, das ist dieser Printaufruf hier, dann haben wir das komplette DataFrame. Das sind alle drei Series drin, die wir hier reingepackt haben, also A, B und C. Das ist dieser Aufruf hier. Nächster Schritt ist, wir poppen. Pop gibt immer zurück, und zwar genau diese eine Series, die wir rausschmeißen wollen. Das heißt, ich kann hier natürlich auch eine Variable mir erstellen und die B ist gleich nennen. Und damit habe ich die Spalte B quasi losgelöst. Ich habe die sozusagen rausgenommen, aus meinem DataFrame DF, entfernt, also komplett weggemacht, und kann sie aber trotzdem weiterverwenden. Wenn ihr das nicht speichert, dann ist sie einfach nur entfernt, dann ist sie einfach weg. Wenn ihr sie aber speichert, könnt ihr damit noch weiterarbeiten, falls ihr das braucht. Das wäre, warum dieser, äh, warum dieser Popaufruf hier geprintet wurde und dann nach dem Printen eben die Spalte B ausgegeben hat. Und das DataFrame an sich, das hat danach die Spalte B nicht mehr. Das heißt, es ist, als hättet ihr die Spalte B komplett entfernt. Das ist das, was hier passiert ist. Deswegen haben wir hier nur noch A und C. Ja, ähm, und das ist genau der, ähm, der, der Mechanismus, der euch wahrscheinlich am einfachsten fallen wird. Ihr könnt, wie gesagt, auch gerade eben, ein neues DataFrame erstellen, aber wahrscheinlich ist Poppen sogar fast ein bisschen einfacher. Und zu guter Letzt, wie kann ich eine Spalte hinzufügen? Naja, da kann ich ganz einfach hergehen und sagen, ähm, df.assign, also zuweisen, möchte ich eine Spalte mit Namen, Name, gebe ich jetzt einfach mal Name an, Name ist gleich. Okay, ähm, wie soll denn eigentlich mein Name aussehen? Naja, was für Daten sollen denn drin sein? Und jetzt habt ihr automatisch immer, alle Daten müssen hier gesetzt werden. Das heißt, wir haben hier ein Lambda X im Normalfall, oder von mir aus auch irgendeine andere Funktion, die einen Parameter X nimmt. Und dieses X soll in unserem Fall abgebildet werden auf, äh, ja, lasst mich nachdenken, was könnten wir denn hier cooles machen? Ähm, also im Endeffekt, X ist ja unser DataFrame hier, das sollte ich vielleicht noch davor sagen. X ist unser vollständiges DataFrame, was wir hier quasi als Parameter bekommen. Das heißt, wir können hier einfach sagen, X von A, wir können quasi damit Sachen berechnen, ähm, geteilt, ne, sagen wir einfach plus, plus X von C. Was das bedeutet ist, ist folgendes, nimm aus unserem DataFrame die Spalte A und die Spalte C und macht daraus wieder was Neues. Das heißt, wir können aus den bestehenden Datenpunkten direkt etwas Neues berechnen. Das ist natürlich super hilfreich, wenn ihr irgendwelche mathematischen Daten habt oder sowas, dann habt ihr direkt ein neues DataFrame. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Achso, ja, printen, printen. Sorry, ähm, ich sollte printen und zwar DF. Ähm, okay, achtet darauf, wir haben hier nicht DF ist gleich geschrieben oder sowas. Ähm, was uns jetzt hier gerade zum Verhängnis wird. DF ist gleich. So, und jetzt hoffentlich haben wir das. So, okay, also wir haben hier, also DF.assign führt den Aufruf durch, lässt aber euer ursprüngliches DataFrame unverändert. Ihr müsst quasi, ihr könnt auch ein zweites DataFrame draus hier erstellen, damit ihr sozusagen das alte DataFrame noch weiterverwenden könnt. Ähm, und das DataFrame 2, was ihr hier erstellt habt, das hat dann alle Spalten aus den ursprünglichen DataFrame und diese neue Spalte, in unserem Fall heißt sie Name. Wir können ihr hier alles geben, was wir wollen. Ihr könnt von mir aus auch hier, äh, den Hans nennen oder sowas. Dann, dann heißt das Ding halt Hans, ja. Also es heißt, muss nicht unbedingt Name heißen. Da steht einfach nur der Name, der am Ende hier oben drin steht. So, und was jetzt hier passiert ist, ist folgendes. Wir haben hier gesagt, wir hätten ganz gerne, dass du jedes Element von diesen Spalten hier nimmst und miteinander addierst. Da könnt ihr jede Berechnung einfügen, die ihr wollt. ähm, das ist quasi wie eine interne Vorschleife, die hier durch diese ganzen, äh, Variablen durchgeht. Also durch A von klein a, also Groß A von klein a, und dann nimmt es das erste Element. Und dann rechnet das auf das Element C von klein a drauf, also 0 plus 2, und ergibt dann 2. Und das macht es quasi hier einmal durch. Es nimmt immer die richtigen zusammenpassenden Elemente und verrechnet die hier in eurer Lambda-Funktion. Wie gesagt, das ist super für zum Beispiel physikalische Berechnungen oder sowas. Da kann man das perfekt dafür verwenden. Genau. Ähm, es geht natürlich noch weiter mit DataFrames. Das war es jetzt noch lange nicht. Man kann noch sehr viel mehr damit machen. Ähm, wie gesagt, ihr könnt quasi alle NumPy-Funktionen mit DataFrames verwenden. Also ihr könnt einfach NumPy.exp oder sowas verwenden und dort dann euer DataFrame reinstopfen. Dann wird einfach jeder Wert darin eben exponenziert. Ihr könnt aber ganz natürlich auch sagen, ähm, wir printen jetzt mal unser DataFrame, beziehungsweise 1 geteilt durch, ne, das wird nicht gehen, wir teilen durch 0. Ähm, unser DataFrame durch 5 oder sowas. Das geht natürlich auch. Dann teilt ihr halt jeden Wert durch 5 und habt dann eben nur noch eben ein Fünftel davon. Also das geht alles ohne Probleme. Ähm, da müsst ihr einfach ausprobieren, was ihr braucht und was da für euch sinnvoll ist. Da werde ich jetzt nicht auf jede Möglichkeit eingehen, weil es halt ein Haufen Möglichkeiten sind. Wir haben das bei NumPy schon relativ ausführlich gehabt. In dem Sinne war's das für dieses Video. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.